moin leute willkommen zurück zu the forest ja ich bin ex ich mache jetzt hier über das feuer hüpfen das weiß ich doch nicht der ganzen pause halb weiter aufgenommen habe das weiß ich auch nicht viel spaß da unten so wir wollen ja noch ein paar sachen bauen ich würde sagen ich fange mit der in richtung an dass man fernseher ein fernseher und fernseher das wird es nur mit dem fernseher so du brauchst jetzt ein fernseher ich hoffe das ist ja interessant ich höre es was denn du brauchst ja nichts zu tun was hör das geräusch doch welches geräusch denn ach komm ich weiß jetzt nicht wovon du redest warum kann ich denn hier nicht hüpfen vor allem das sieht so schön aus durchs fenster so was brauchen wir denn noch holzstämme holzstämme und stücke okay so hier vorne ist ja relativ viel holz wieder ich hüpfe mein holz oh jetzt geht das schon wieder los so hier haben wir vorne noch holz stel mir jetzt das blaue ding hier in wohnen Was denn? Bist du schon wieder ins Feuer? Nein, in der Falle. Wo bist du denn? Lol, na hier. Achso. Scheiße, bin ich blöde. In die Falle oder hast du ihn bloß ausgelöst? In die Falle, ich bin fast tot. Warum kann ich mich nicht hinhocken? Der Baum hat mich irritiert. Hey, der geht bei mir, wenn ich hocken drücke, nicht mehr in die Hocke. Zeig da. Nee, das bei mir zäh ist das. Macht sowas. Und was stimmt hier bei mir nicht? Ja, das ist nichts Neues. Das weiß ich ja schon Jahre lang, du. Jetzt zieht der Baum ja nicht kaputt. Toll, und jetzt fällt er auf die Fallen und die gehen kaputt. Dann brauche ich dich. Also hingefallen ist es, ist aber zum Glück nichts kaputt. Doch, da hinten ist so eine Mauer kaputt gegangen. Oh, wie blöde ey. Was ist denn alles kaputt? Mauer und oben auch fast kaputt? Ne. Oh, hier diese Barrikade, ne? Palisade. Ach, die Barrikade auch, ja. Toll. Alter, jetzt legt der mir da einen Baum hin. Pack mal wieder rein hier, so ein Ding. Ja, ich such's doch gerade. Seit du drei auf fünf. Ne, ich höre auf dich, ey. Oh, herrlich. Ey, ich kann's nicht. Ja, weil dein Holzstamm hier im Weg liegt. Ne, da nix nicht. So. Ja, siehste, geht doch. Aber warum machst du auch diesen Bormi noch mehr? Ich hab in die andere Richtung gehauen. Und dann ging er ja nicht mehr los. Hab da, hab da, hab da. Genau das. So, das ist ja erstmal wieder zu. Alle Antikpfe wurden hier überstanden, bis du wieder anfängst. Die Frage ist ja, ob wir mal das rote Ding, Artefakt, auf rot starten wollen. Während, also bei den Fallen bei uns. Das können wir machen, so wenn wir fertig sind hier. Ähm, B. B. Da sind da sogar, ups, scheiße. Ich kann mich immer noch nicht hinhocken. Doch jetzt hier kann ich mich. Ach so, ab einer bestimmten Schräge kann er sich nicht mehr hin. Oder steht der automatisch auf beim Zuschlagen? I don't know, ich hab noch nie in der Hocke. Bei mir gefällt. Hab das Gefühl, der trifft hier gar nix mehr. So, jetzt. Aber, und wie euch das, aber ein bisschen rumbacken tut hier die Anzeige, also extrem, wa? Boah. So, anstatt er hier sich mal, äh, Holz farmt, ja? Ne. Letztes Mal hab ich alles gefarmt, da hast du ne Schöne. Letzte Mal. Eine, eine von 30, äh, Folgen, weißt du? Ja, ich bin hier auch der Baumeister und du bist nur hier der, der Helfer. Du bist vielleicht ein, ich weiß nicht was, aber. Wow, das war jetzt richtig hart. Jaja. Da kennst du mich ja. Da kann ich nix, ne? Da kann ich nix. Also, die fliegen auf jeden Fall nicht mehr so wirklich in die Richtung, wo du zuhause. Wie viel Stämme brauchst du denn da? Wie, hä, zum Reparieren, ob du alles kaputt gemacht hast. Ach, du reparierst da, achso. Wenn ich jetzt den Fernseher, den, ich glaub, da brauch ich nur noch Stöcker. Achso. Kann ich ja schnell machen. Zack. Den guten alten Fernseher. Ah, ich glaub, wir haben nur ein Programm. Na, oder vielleicht zwei. Also, ich würde eher vermuten zwei. Nein. Ein Stopp hier. Weißt du? Mist, 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 Mist. Ein Schnorrer-LP und Fuber-LP. Oh Gott. Ja, gut, ja. So. Ich, wenn ich dir drauf klicke, dann kommt's auch manchmal ganz von Tief her. Das ist auch sehr zweideutig. Wenn ich so einen geilen Kanal habe. Ja. So, Fernseher steht. Das war auch zweideutig. Äh. So. Was spielen wir eigentlich nach Forrest? Wie ist das? Generation Zero. Generation Zero? Ja. Okay. Und das kommt direkt im Anschluss? Im Anschluss? Direkt? Zwei Tage später oder drei. Ja, naja. So meinte ich das ja. Du hörst mir ja manchmal zu. Aber was ist denn das da jetzt? Warum brauchen wir denn da jetzt, äh, äh, 26 Baumstämmer? Na, einmal noch 13 von dem Haus auf der Insel, was nie fertiggestellt wird. Achso. Da noch die Reparatur der Linksbums und. Ach, der Palisaden da. Ich hab' niedrige Energie. Ich soll mich ausruhen. Ich werd' auch gleich erstmal ne Mittagspause machen. Das Spiel lügt. Und es gibt hier keine Mittagspause. Klar. Es gibt hier keine Mittagspause. Ich hab' hier jetzt fünf Bäume. Fünf. Dein sollst erfüllte Du... Wieso hat er denn das jetzt? Ja, sechs. Äh. Der wird ja gleich dunkel. 50 gemacht hast. Was? 50? 50 Bäume. Wann? Ja, musst du machen, bevor du ausschlafen darfst. Ne, 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 ne. Äh, Pause machen darfst. Alter, ich bin gleich tot. Wegen Energie und so. Komm, hör auf zu Höllen. Ich brauch' jetzt noch 47 Baumstimmen. Warum ist denn jetzt hier ein Krokodil? Ja, na klar. Na toll, vorbeihauen. Arschloch. Lurch ist nicht Krokodil. Arschloch, sag' dich. Wo brauchst du jetzt 50? Wofür das denn? Na, was denn hab ich's gebaut? Na, was denn? Na, lass dich doch mal überraschen. Na, wo muss ich denn das hinbringen? Na, da, wo es läuft. Was denn das? Ein Auto, oder was? Yeah. Und wenn du noch Stöcker hast, kannst du gleich in die Bude gehen. Wieso in die Bude? Die 20 Stöcker, die ich hatte, hab ich jetzt hier in das Auto gepackt. Wir brauchen nämlich 121. Ja gut, ich mach' erstmal in der Bude das. Da bräuchte ich 20 oder so. Ich komm' mir jetzt hier erstmal ein paar Bären in die Lunge. In die Lunge, ja. Ja, natürlich. Die kommen über die Lunge wieder raus. Dann sind die Arthrauchraucher. Hm, ich hab' heute vegan geraucht. Hm, hm. Lecker blaue Himbeere. Was hab' ich denn jetzt hier, je Gliese, in der Hand genommen? Ja, und so ein Kopf von so einer Echse. So einen Echsenkopf hatte ich in der... Echsenkopf... Warum sind denn hier vorne noch nicht... Warum ist denn das noch nicht zu? Weil ich... Was bist du für ein... Alter Helfer, halt die Klappe, sonst geht's wieder ab nach Afrika. Was? Hast du mich schon verstanden? Jetzt hör' mal auf hier. Dann kannst du wieder in Katar arbeiten. Verstehst du? Ich Katar dir auch gleich ein. Das ist doch... Was ist das? Katar liegt nicht in Afrika. Nee, das ist korrekt. Trotzdem, dann schick' ich dich da hin. Nein, danke. Ich... Ich kann nicht mehr tragen. So, siehst du, ich hab' jetzt schon eine fertiggestellt. Und du? Ich hab' die Mauer schon fertig gemacht, ja. Alter, die du kaputt gemacht hast. Alter, der braucht hier Jahre. Was? Vom Lohn abziehen müsste ich dir das alles... Welcher Lohn? Ja, genau der. Seit wann zahlst du mir denn Lohn? Ja, du müsstest mir was zahlen dafür. Nee, muss ich gar nicht. Ja, doch. Diese Schäden, das geht in die Millionen. Ja, genau. Alter, da schon wieder diesen Fuck-Kopf in der Hand genommen. So, ich hab' was fertig gemacht. Ja, ich bist stolz auf dich, wa? Klar. Ich hab' mir noch was Schönes ausgedacht, wenn du jetzt wieder weiterhämmerst. Ich nehme den Wagen mit. Wohin? Na, zum Holz. Zu welchem Holz? Hast du dir wenigstens schon so'n Stock-Ding gebaut? Hm, was für'n Stock-Ding? Ja, so'n Stocksack, da kannst du 20 Stöcker sammeln. Hm, nö. Das ist ja, du bist ja cool, alter. Doch, ich hab'n Stocksack. Äh, ich steck' mal mein Ding raus, ne? Du steckst dein Ding raus? Steck du mal dein Ding raus. Wieso wirst du nicht blau? Jetzt wird doch mal blau. Eine rechte Maus musst du. Ich denke linke. Nein, links ist rot. Nein, ich mein' es war doch rot. Ja, du musst auf die rechte. Rechte Maus. Ah, ja. Und du steckst jetzt. Aber ich glaube, Kettensäge hier zum Farben ist glaube ich nicht so effektiv, oder? Achso, das könnte, siehst du, wollte ich die ersten Seiten ausprobieren. Ne, hatte ich eben, aber ich hätte gesagt, so krass ist das jetzt nicht. Schabomm. Ich hab' auch nur noch einen Kanister. Na doch, geht auf jeden Fall schneller. Die Frage ist nur, wie schnell das, der Sprit alle geht, ne? Ich krieg' doch ein Lager gleich in dem Anrad. Doch, geht doch. Ja, ist schon fix. Cool irgendwie. Ja, vor allen Dingen, der Sound ist so geil, ne? Oh, mein Gas ist aber relativ schnell alle. Ich muss da bloß wieder reinpupen. Ach, ich hab' da noch fünf Aufladungen drauf. Füllst du hier die Dinger mal auf? Mach' ich, bin ich grad dabei. Okay. Loil. Jetzt geht der wirklich fix, wa? Boah, der eine Baum ist noch nicht mal umgefallen, aber ist schon mit dem nächsten fertig. Okay, der erste Wagen ist fertig. Okay. Hey, was ist das denn? Achso, der ist wieder umgefallen. Boah, ich hab' mich selber ja gerade um mir gehauen. Hier ist schon klar, dass ich so viel wie du absiegst, äh. Ne, das reicht ja jetzt erstmal. Was ist das? Dass ich das nicht aussammeln kann. So, der hier ist voll schon, oder was? Ja. Okay. Äh, der ist auch voll. So. Dann lass' ich, ich lass' mein Artefakt hier stehen, dann nimm du deins mal mit. Ja. Dann haben wir das hier als Markierung, weißt du? Wo die anderen Bäume landen. Das ist ja clever. So ist er. Dein Helfer. Liegt hier irgendwie ein Baum im Weg? Weiß ich nicht. Alter, wer hat denn hier so viele Bäume? Ne, nicht. Alter, bin ich jetzt überall durch drüber hinauf? Ja, irgendwie schon. So. Haha. Ach so, stimmt. Das war ja. Haha. Ich dachte erst so, hä, was ist denn das so komisch da auf dem Boden? Haha. Herrlich. Ah, ich liebe es, wenn er zuerst die Stöcke rein packt. Ja, stimmt. So ein Scheiß. Ja, aber da brauchen wir ja auch so viele. Also ich hab' da jetzt schon 40 rein geknüppelt. Will ich nur mal so erwähnen. Die Frage ist ja dann, äh, kann das Auto auch fahren? Ja, genau. Wie, ja genau. Ist das denn, ist das denn, ist das so, so zum Sitzen dann, oder? Das weiß ich doch nicht. Aber das sieht so ein bisschen aus, ne? Wegen Überdachung und so. Kann sein, dass man sich reinsetzen kann. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, ja. So als Schutz? Ne, das glaube ich auch nicht. Dann hätten wir einen Motor gebraucht. Einen Motor? Einen Motor. Wäre natürlich geil, wenn du die Kettensäge gegen den Motor dafür einsetzen könntest. Ja. Das ist richtig, wahr? So. So. So, ich muss mir mal wieder hier ein paar Bärchen reinhauen. In der Ausdauer. Nimm mal lieber die Bärchen. Nimm mal lieber die Bärchen. Nimm mal lieber die Bärchen. So. Oh, ich hab auch null Ausdauer, ey. Ja, deshalb baier ich jetzt Bärchen. Aber ich mag nicht voll. Ja, aber rechts hast du ja die Ausdauer. Aber wenn der blaue Dings nicht ganz oben ist. Ist voll. Ist ganz voll. Ja, dann musst du ja bloß einmal kurz langsam gehen, bis er wieder auflitt. Ja, vor allen Dingen kurz. Ist ja normal. So. So viel Holzstämme sind das gar nicht mehr, ne? Äh. Aber wir brauchen noch Knochen, ey. Das. Vier Stück. Die haben nichts mehr am Knochenlager drinnen, ne? Ich glaube, einer liegt da noch. Ähm. Das heißt, wir müssen vielleicht. Dann müssten wir vielleicht nochmal das rote Artefakt starten. Du willst es doch bloß. Nachdem wir gespeichert haben. Und dann kommen die ganzen Mutanten und machen die alles kaputt. Genau. Hä? Was war da? Wer? Deine Mutter? Deine Mutter? Kommt zu Besuch? Weil sie vor Rest? Natürlich. In der nächsten Folge. Trubas Mutter mit dabei. Krass. Hallo. Oh Gott. Naja. Also. Ja. Okay. Du kannst ruhig sagen, dass ich von Gott abstamme. Aber. Du kannst mich ruhig weiter fubbern. Also. Das ist nicht so schlimm. Ich nenne mich einfach Fettsack. Auch das ist okay. Warum hast du eigentlich ein Piloten Outfit? Hallo. Weil ich ja wohl voll seriös bin. Ja. Ja. Hallo. Ha. Daneben. Du wirst schon, dass hier noch zwei drauf sind, ne? Aber nicht bei meinem Wagen. Natürlich. Das war dein Wagen. Meiner ist ja wohl weiter an den Rand gefahren. Alter. Das ist so ein Idiot. Das ist so ein Idiot. Ne. 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 Das ist so ein fauler Sack, ey. Vorhin schon meinen Wagen genommen hast. Hab ich gar nicht. Hast du wohl. Ich hab gar nicht deinen Daumen. Genau wie mein Artefakt hier steht. Das ist mein Artefakt, du Idiot. Wo sind denn jetzt die ganzen Baumstämme, ey? Da beim Artefakt und dann rechts. Da ist nicht er gerade. Da rechts. Da liegen noch, wiss ich, 50 Stück oder so. Genau. Genau, 50. Ja, die liegen noch da teilweise ineinander. Da liegen richtig viele Baumstämme. Aber bestimmt keine 50. Natürlich. Hab doch da in zwei Sekunden 15 Bäume weggegenudelt. Vor allen Dingen, warum liegt hier ein einzelner Baumstamm noch vor der Basis? Weiß ich nicht. Ja, du hast ihn doch dahin geworfen. Nein. Natürlich. Wo ist denn jetzt der Wagen? Alter. Das kannst du halt so nicht sagen. Doch. Und wir müssen erstmal wieder ein Päuschen machen. Musst du gar nicht. Das wird jetzt hier durchgezogen. Gut. Dann zieh durch. Ich zieh dir auch gleich einen durch, ey. Passt schwierig mehr. Wo ist denn hier der Wagen? Da. Na, wenigstens wird es jetzt hell. Anstatt da jetzt noch mithilft, sich hier schnell aufzufüllen, weißt du? Damit das schneller geht alles. Du kannst doch alles. Wieso liegt hier ein einzelner Baumstamm rum? Ja, weil du den nicht schaffst in die Basis zu bringen. Das ist nicht schwer. Hier oben liegen noch so viele Baumstämme. Es sind doch mindestens zwei Wagen fuhren. Ach ja. Mindestens. Oh. Oh. Ey. Mal dieses irgendwo gegenrennen. Weil da so ein mini Baumstumpf noch ist, ja. Hihihi. Sprichst grad wieder von dem, was in deiner Hose ist? Ne. Okay. So, jetzt hast du mit Absicht die Falle wieder hingepackt. Wieso mit Absicht? Na, damit ich da wieder reinlaufe. Nein. Würde mir doch nie einfallen. Hm, genau. So. Und wie? Hast du die Tür weggebaut? Ach nee. Ja, ich baue ne Tür weg. Alter, was machst du denn hier? Hä? Vor allen Dingen, wo hast du denn die Dinger drin? Tja. Ne, ich hatte auch geguckt. Ich hab die nicht. In welchem Menü ist denn das? Bei den Freien bauen oder Möbel? Jetzt sag doch mal, Arschloch. Ne, so nicht. Gut, Leute. War wieder ne tolle Folge. Ach, hier. Mit der Schnorrer. Ja. Ach. Ich werd bekloppt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den FUBA. Der nennt sich ja extra hier Gravity, damit das nicht so auffällt. Genau. Das SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS. Das hab ich schon längst gemacht. Das ist mir doch egal. Du Affe. Das ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Jetzt sind wir immer an den Strand. An den Strand. So, machen wir grad einen Folgenpäuschen? Wir machen grad einen Folgenpäuschen. Wollen wir jetzt einen Folgenpäuschen machen? Wir machen einen Folgenpäuschen. Ich würd sagen, wir machen jetzt einen Folgenpäuschen. Ja, sehen wir schon. Dann würd ich sagen, Folgenpause. Bis zum nächsten Mal. Spitze. Bedankt mich. Tschüss. Tschüss. Du Affe.